... geschossen worden. Wo gehst du gerade hoch? Ach, hier. Ja. Aber geploppt hat hier nix. Ne. Was machst du, eine verrückte Frau? Ich würde nicht hier sein, wenn du nicht all die Stromsignale rüberkriegen würdest. Du, 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 du. Oh, warte, die Stromsignale rüberkriegen? Was ist denn da passiert? Ich sage, und schieße die Pistole. Warte mal, mit der Pistole kann ich näher heranzoomen, aber der schießt auf mich. Warte mal. Ich bin 19. Und auch, die UNSC nimmt alle, die sie bekommen. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Viele Soldaten sterben in diesen Tagen. Er ist nicht ein Trailer. Er ist eine Stadt. Eine schlechte, schlechte Stadt. Das war, als wir uns geholfen haben. Ich habe die Tür ab. Jetzt! Warte mal! 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 Erst kam hier... Ja, jetzt piepe ich hier auch die ganze Zeit. Der ist links da, ne? Irgendwo. Hier. Da oben. Ich hab ihn... ...anvisiert zumindest. Ach, doch. Jetzt er weg. Läuft doch. Gibt's hier Munition? Ne. Nee. Wann da? Aber trotzdem... Irgendwas beschießt uns hier. Was ist denn das? Ist das schon wieder... Da ist noch ein Sniper da oben. Oh. 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 Nee, den... 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 ja... den... 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 Jetzt hast du ihn. Ich... wollte noch einen Schuss machen, dann wär er glaub ich weg gewesen. Egal. Durch welche? Durch die da? Was ist da hinten eine? Schieß ihm mal die Rüstung weg und ich... ...haut's... äh... Holz... ...holz dann aufm Kopf. Oh. Out of ammo. Sehr schön. Zum besten Zeitpunkt. Zum Primetime hier. Jetzt. Ja, ist auch weg. Ich hab hier aber auch überhaupt nix mehr. Warte mal, was ist denn hier drin? Ist hier vielleicht was? Ah ne, hier waren wir ja, ne? Da war nix. Ich habe ihn verloren. Er ist auf der Seite. Bereit? Ach du... Bö. Bö. Mhm. Ja, dann werd ich vor der nächsten Mission mal auf Toilette verschwinden. Bevor sie los geht. Ach, das ist hier dieses große Teil, was sie da zerstört hatten. Diesen Fahrstuhl oder was das da war. Ja. Nee, das hat nicht gepoppt. Vielleicht, kann sein. Oh, jetzt bin ich aber hier runtergesprungen und gestorben. Nö. Was war nochmal dieses eine Achievement da? War das Halo 3? Am Schlusslevel? Das ist das letzte, was wir nicht gekriegt haben. Dieses The Last Grunt, oder wie der Ding da hieß. Der eine. Ja. Ja, und Christen, das schief wird noch schnell, ne? Ja, egal. So klein. Ja, machen wir das, genau, machen wir das danach, ne? So, genau, dann bin ich mal kurz weg. Tschüss. Ja, machen wir das, genau. Cheese. From. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020